Hallo Leute, herzlich willkommen zu so einem Art Let's Play. Heute kamen leider noch nicht die Tinker. Wir haben ja alle sehr drauf gehofft. Stattdessen gibt uns Star Saber mal wieder ein extrem langweiliges Quest, wie ich finde. Und zwar hatten wir mal wieder einen sehr unfähigen Postboten, der es nicht geschafft hat, ein Paket abzuliefern. Das Paket müssen wir jetzt suchen. Also was ich glaube ich in den Aufträgen gelesen habe, ist es irgendwie im Grünwald. Mal wieder, keine Ahnung. Und neue Kleidung soll es in Fort Pinter geben, die werde ich mir später auch noch angucken. Was ich jetzt bisher so in den News gesehen habe auf dem Bild, ja ich finde aus, die sieht aus wie so ein weiblicher Bademeister. Also naja, gefällt mir nicht so gut. Jetzt suchen wir hier mal ein bisschen, ob hier sich irgendwo ein Paket versteckt hat. Oh, ja ich sehe gerade, ich bin sehr sehr blöd gewesen. Ähm, die vom Club schreiben mir jetzt, warum ich im Grünwald rumreite, weil das Paket in den Hollow Woods ist. Ja. Fail Jolene, fail. Egal. Wir reiten jetzt zu den Hollow Woods nach Valedale. Ein Zungenbrecher sind manche Orte hier. Wahnsinn. Ich war da schon lange nicht mehr. Es ist schön mal wieder da hin zu kommen. Ja. Und Sky hat das Springen verlernt. Egal. Ähm, übrigens wollte ich euch noch sagen, warum ich heute dieses Video nicht mit Javel Flower mache. Javel hat sich nämlich, äh, Unbeheuer aufgeführt gestern. Warum, weiß ich nicht. Ähm, irgendwie hat sie schlechte Laune gehabt. Und ihr wisst ja, wie eine Diva ist, wenn sie sich aufregt. Ähm, jedenfalls hat sie jetzt Stallarrest. Und, ähm, ich dachte mir, ich mach mal wieder ein Quest mit der Sky. Ich mein, ich hab sie zwar sonst schon, äh, oft draußen aus dem Stall, aber irgendwie hab ich lange kein Quest mehr mit ihr gemacht. Deswegen ist sie jetzt hier. Und wir suchen, wir suchen und suchen und suchen das Paket. Ja, es würde mich nicht wundern, wenn ich hier jetzt jemanden aus meinem Club treffe. Weil die suchen, also ein paar von denen suchen gerade auch nach dem Paket. Mal schauen, wer es als Erster gefunden hat. Was mich auch extrem nervt, dass das Paket irgendwie bei jedem woanders ist. Also wenn man das nicht findet, äh, so wie ich, und auch vielleicht zum falschen Ort reitet und dann wissen will und jemanden fragen will, wo es ist. Und der dann sagt, ja, das ist bei jedem woanders, dann denke ich mir, ja, super, ganz toll. Ah, und wir bekommen Gegenverkehr. Die hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ah, hier scheint was zu sein. Okay, also auf dem Paket kann man irgendwie nicht mehr so richtig die Adresse lesen. Aber es ist ja, oh mein Gott, es ist ein schweres Rätsel. Ja, Avalon, natürlich. Wohin sonst? Ja, also manchmal denke ich mir echt, was Star Stable sich überhaupt da so überlegt. Ich meine, bisschen spannender hätte es ja schon sein können. Ich glaube, das ist ein Quest von nicht mal, wenn man nicht so blöd ist und woanders erst hinläuft wie ich, dann ist es ein Quest von gerade mal zwei, drei Minuten, wenn überhaupt. Egal, hoffen wir wenigstens, dass die Belohnung einigermaßen okay ist. Ja, Avalon, es ist dein Paket. Finde ich auch immer sehr lustig, dass bei dem immer oben drüber steht, sehr interessant. Also ich glaube, er findet die ganze Welt sehr interessant. Und wir bekommen eine Jacke. Okay, die ziehe ich mir mal an. Okay. Nee, ist eigentlich eine ganz schöne Farbe. Muss ich sagen. Also dafür, dass es nur so ein kurzes Quest war, finde ich die Farbe ganz okay. Was haltet ihr eigentlich von dem Quest? Fandet ihr das auch total langweilig oder fandet ihr das super? Ich meine, da gibt es ja verschiedene Geschmäcker. Ich reite jetzt erstmal nach Fort Pinter und schaue mir die neue Kleidung an. Übrigens, was ich euch noch fragen wollte. Viele von euch haben ja sicher diesen Trailer gesehen, den Star Stable von den Tinkern gemacht hat. Also ich persönlich kannte Tinker noch nicht so gut. Ich habe mir vor einer Woche oder so mal Bilder im Internet angeschaut und fand die total hübsch. Und habe mich auch total gefreut, dass die jetzt dann bald im Star Stable kommen und wir die kaufen können. Aber seid noch mal ganz ehrlich. So wie die in der Star Stable Version aussehen, also was man bisher gesehen hat, finde ich die jetzt gar nicht so toll. Wie findet ihr die denn? Schreibt es doch in die Kommentare, eure Meinung. Also vielleicht, ich bin ja der Meinung, vielleicht sehen die ja irgendwie anders aus, wenn sie dann sozusagen leibhaftig vor einem stehen. Aber im Trailer fand ich die jetzt gar nicht so toll. Und das ist genau das der Fall, was ich mir gedacht habe. Die neuen Kleider, also beziehungsweise Badehosen, ich finde das sieht aus wie Badehosen, sind nicht ganz so toll. Aber das Sattelzeug finde ich ganz schön. Vielleicht kaufe ich es mehr irgendwann. Also ich habe jetzt total lange gespart und habe neulich auch doppelt das Darkoins bekommen. Ich habe eben auf diese Tinker gespart und ich glaube, ich wäre wirklich sehr enttäuscht, wenn die wirklich so seltsam aussehen wie in dem Trailer. Gut, wie auch immer, eins wollte ich euch noch sagen, ich habe es endlich geschafft, Ice Queen auszuleveln. Also mein kleines Pony, ihr erinnert euch bestimmt. Und das habe ich gestern geschafft und ich war natürlich wieder mal so blöd und habe es überlesen, dass der Ponychamp wäre. Und ja, prompt haben wir den ersten Ponychamp, den wir hätten machen können mit Level 15, verpasst. Ich und die Ice Queen. Naja, wie auch immer, vielleicht erwischen wir den nächsten Mal. Und ansonsten möchte ich euch sagen, ich freue mich riesig auf meinen Fantreffen. Es tut mir natürlich leid, wenn einige von euch da nicht kommen können. Ich hoffe natürlich sehr, dass da sehr, sehr viele kommen. Und wie gesagt, falls ihr immer noch nicht gecheckt habt, wo das ist, das Fantreffen, auf Facebook auf meiner Seite, könnt ihr mal suchen. Da habe ich ein Foto hochgeladen von der Copy, wo wir uns treffen, hinter Loretta. Gut, hier verabschiede ich mich jetzt vom Quest. Wie gesagt, schreibt eure Meinung zu den Quest und zu den Kleidern und zu den Tinkern und zu allem, was ihr sagen wollt. Einfach runter in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!